so willkommen zurück bei steampunk tower 2 der letzten folge haben wir mit ach und krach die change mission geschafft wir können wieder ein paar punkte kassieren hier können wir auch gebäude upgraden hier wohl denke 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 jetzt gucken wir mal kurz hier lalala lagerung wenn wir das upgraden möchten packen wir mal so was rein so was so was was wäre das schussgeschwindigkeit zehn prozent zehn prozent schock schock ist natürlich geil so ein ding haben wir dummerweise nicht mal gucken vielleicht können wir das hier irgendwo zufällig finden so also das ist ein lichtbogen gucken wir mal wo bekommen wir so einen lichtbogen her da oben erforderlich für hurricane eckzahn kanone gut 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 dann schauen wir mal ob wir das hier schaffen diesen geil diesen geil ich nehme ein blitz wer voraus nimmt dafür den rein reparieren und schlacht den bauch wir scheinbar nicht nachzuladen läuft halte mich ringer euch laden wir mal kurz nach hier wird auch kurz nachgeladen nachladen ihr hättet nachgeladen gibt es glaubt nicht viel zum nachladen zurück dazu noch geladen werden brauchst du noch ladezeit nein so welt 2 von 4 hier wäre der super schuss geladen bei meinem krank kranken kettenschuss gerät jemand nachladen hier oben auch läuft alles noch super da kommen schon wieder ein paar kleine komm 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 das passt ordentlich super schüsse sind noch aufgeladen so so wie sieht es hier aus die kanone die kann auch mal kurz laden hier laden wir auch hier auch das war zwar verschwendung aber wir haben es ja letzte welle kommt als nächstes gucken wir mal so jetzt brauchen wir mal so ein paar dicke dicke einheit und dann kommt feuer 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 was zu feuern kannst ich werde ich mein halbturm reparieren so das war ein sieg zwei kisten es leider nicht so unbeschwert geschafft wie gehofft jetzt kann ich nein erforderlich warum 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 ok ich mach mal noch den turm ähm hat mir eigentlich gefallen so wie es wobei da kann ich auch erst mal noch ein paar pünktchen holen so jetzt greifen wir an schlacht hier holen wir dann noch keine extra spezialfähigkeit was ich von dem ding halten soll es schießt halt extrem langsam verdammt 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 feuer 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 oh 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 du bist voll geladen du bist voll geladen dich laden wir nochmal nochmal so du gehst auch noch mal hier in die ladung rein du auch welle 2 von 4 sägewerf wäre bereit wurde abgefeuert hier hauen wir auch mal voll rein so hier müssen wir mal unseren flitzschuss benutzen hier laden wir mal auf der seite hier ist schon voll hier ist voll hier haben wir nicht viel gebraucht hier ist voll bälle 3 von 4 bälle 3 von 4 oh komm so so passiert gerade nicht allzu viel passiert gerade nicht allzu viel wo 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 scheiß trinken kommen kommen feuer 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 nachladen nachladen du mal auch kurz rüber rüber ein super schutz von der elektro kanone wollte ich noch aufheben ich glaube das ist die heftigste waffe die ich habe letzte welle die schießen ja von richtig weit weg pam 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 kommen jetzt von der anderen seite auch mal welche oder was das auch nicht hier da komm 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 wobei es einfach so rüber dann laden wir mal kurz hier nach fertig 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 so ein bisschen schaden verteilen so bitte sieg jawohl klicken sie um fortzufahren ach ja geld noch mehr geld und ein paar steinchen danke sehr wie sieht es jetzt aus bekommen ich hier oben die fabrik ist vom kult erobert probieren wir es halt noch mal ach ja ich beende dann erstmal die folge ich sage tschüss und tschau bis zum nächsten mal bei steam punk tower 2 tschüss 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 tsch